habe die ehre meine freunde wir machen heute eine zwiebelsuppe mit baguette und käse überbacken viel spaß beim anschauen zum schluss gibt es rezept und peace meine freunde für die vorbereitung die zwiebeln in ringe schneiden mit der butter anbraten mit weißwein ablöschen die brühe drüber geben salzpfeffer würzen den käse reiben und mit baguette überbacken so 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Hier haben wir unser Ergebnis, unsere Zwiebelsuppe mit unserem überbackenen Gruyere auf Baguette, ein Traum, die Kombi mit den leicht süßlichen Zwiebeln und dem Käse, puh, Orgasmus pur. Danke fürs Zuschauen, jetzt kommen die Rezepte, peace meine Freunde und macht es gut. Vielen Dank.